Heute zeige ich dir, wie du unglaublich schnell neue, richtig gute Videoideen finden kannst. Mehr nach dem Intro. Moin moin YouTube! Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Julian, das ist mein Kanal Video4Brands. Meine Mission ist es, dich erfolgreicher auf YouTube zu machen. Doch bevor wir loslegen, zwei ganz schnelle Fragen. Nummer 1, wie kommt ihr auf neue Videoideen? Was ist euer Prozess, um auf neue Themen zu kommen? Und Nummer 2, wie kann ich euch helfen? Was sind gerade eure Probleme? Wie kann ich eure Probleme lösen? Sagt mir, was euch gerade beschäftigt. Das ganze Ding ist unglaublich einfach. Das einzige, was wir brauchen, ist das ABC. Der ABC-Track, den ich euch hier zeige, hat zwei riesige Vorteile. Zum einen, kostenlos und unglaublich schnell. Und zum zweiten, er zeigt euch nicht nur, was für Ideen ihr entwickeln könnt, sondern er zeigt euch Ideen, die sogar gesucht werden, die also super Content für deinen Kanal wären. Was wir dafür machen müssen, ist einfach nur auf YouTube zu gehen und zumindest grob überlegen, in welche Richtung wir was machen wollen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein absolutes Nischenthema ausgesucht. Wohnwagen. Da sollte man denken, zum Thema Wohnwagen ist es vielleicht richtig schwer, irgendwie Ideen zu wickeln. Zumindest als jemand wie ich, der noch nie in seinem Leben in irgendeinem Wohnwagen gesessen hat. Aber mit diesem Trick würde ich sofort auf eine Unzahl von Videodeen kommen. Wenn wir anfangen auf YouTube irgendwas in die Suchleiste einzugeben, überlegt der Algorithmus im Hintergrund schon ganz genau, was sucht die Person gerade, was ist das für eine Person und wie können wir jetzt den optimalen Inhalt liefern und schlägt uns daraufhin weitere Wörter vor, um diese Suchanfrage zu vollenden. Wenn ich jetzt Wohnwagen eingebe, erscheinen sofort mehrere Vorschläge für die beliebtesten Suchanfragen. Also Suchanfragen, die von anderen Nutzern, die gerade den Begriff Wohnwagen eingeben, wirklich auch gesucht werden. Jetzt kann man natürlich sagen, das Ganze ist etwas begrenzt. Ich kriege da zwar Vorschläge, aber sehr viele sind es nicht. Hier kommt jetzt unser ABC ins Spiel. Was wir jetzt nämlich machen können, ist folgendes. Wir geben unseren Hauptbegriff, also Wohnwagen, in die Suchleiste ein und fangen an, das ABC runterzutippen. Jeden Buchstaben nacheinander. Was wir sofort sehen, ist, dass die Suchanfragen weiter vollendet werden und ich hier alleine nur für Wohnwagen und Wörter, die mit A beginnen, ganz viele Ideen für echte Suchanfragen kriege, auf die ich Videocontent machen kann. Somit können wir aus unserem Hauptbegriff und dem Durchgehen des ABCs von A bis Z unglaublich viele Videoideen kriegen. Das kann man auch verfeinern und sogar zweite Buchstaben an die ersten Buchstaben hängen, also B, BI, BE und so weiter. Also fast endlose Möglichkeiten, da zu hantieren. Und man kriegt nicht nur Ideen für weitere Suchanfragen, sondern kann die Suchanfragen auch umstellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser A nehmen, haben wir das Thema Wohnwagenabwasser. Das ist bestimmt sehr relevant. Was passiert jetzt aber, wenn wir das Ganze umdrehen? Und auch hier kriege ich wieder weitere Ideen. Das heißt, aus meiner Recherche mit dem ABC habe ich noch tiefere Suchanfragen gekriegt, die ich noch verfeinern kann, umstellen kann. Und hier wieder mit dem ABC mir Suchanfragen anzeigen lassen kann. Mega einfach, mega effizient. Wir kriegen nicht nur Videoideen, sondern wir kriegen Themen, die wirklich gesucht werden auf YouTube. Und das ist genau das, was wir brauchen, um mit unserem YouTube-Kanal zu wachsen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen helfen. Wenn ich euch noch mehr helfen kann, wenn ich dir helfen kann, auf YouTube zu wachsen, freue ich mich tierisch, wenn du abonnierst. Jeden Freitag kommt hier neuer Content rund um das ganze Thema YouTube. Wenn ich dir weiter helfen darf, auf YouTube zu wachsen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du abonnierst. Jede Woche kommt hier neuer Content, der einfach nur dazu gemacht ist, dir hier dahinter, hallo, dir zu helfen, auf YouTube zu wachsen und hier auf dieser Plattform erfolgreicher zu sein. Von daher tut mir und euch einen Gefallen und abonniert. Wenn ihr Bock auf noch mehr Content habt, habe ich hier eine Playlist für euch zu mehr Videos, wie ihr Videoideen kriegt und ne Playlist, wie man einfach generell auf YouTube erfolgreicher sein kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Julian, das ist mein Kanal Video für Brands. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bitte abonniert. Und ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.